Die Washlets SX und RX E-Water verfügen über eine Fernbedienung. Um Ihr Washlet in Betrieb zu nehmen, aktivieren Sie zunächst den Sitzschalter. Die WC-Keramik benetzt sich daraufhin mit Wasser. Das sorgt für weniger Verschmutzung. Drücke Sie die Rear-Taste, beginnt die Reinigung. Drücken Sie die Rear-Soft-Taste und es startet eine sanfte Reinigung. Eine weitere Funktion Ihres Washlets ist die Front- oder Lady-Dusche. Nach Drücken der Taste fährt die Düse in das Gehäuse zurück, reinigt sich automatisch selbst, bevor sie wieder herausfährt. Bei allen Reinigungsfunktionen lässt sich sowohl die oszillierende als auch die Massagefunktion jederzeit hinzuschalten. Zudem lässt sich immer auch die Position der Düse verändern als auch der Wasserdruck. Alle Funktionen können Sie mit der Stopp-Taste beenden. Eine weitere Taste auf der Fernbedienung startet die automatische Düsenreinigung. Dabei wird elektrolytisch aufbereitetes Wasser verwendet. Auf der Rückseite Ihrer Fernbedienung können Sie weitere Funktionen individuell einstellen, zum Beispiel die Wärme des Sitzes oder des Wassers. Haben Sie Ihre persönlichen Einstellungen gefunden, können Sie diese auf der Fernbedienung für bis zu zwei Nutzer individuell abspeichern. Weitere Informationen zur Bedienung Ihres Washlets finden Sie in der Anleitung ab Seite 14 oder auf der TOTO Homepage. Wir motivationen ihnen Firmen κ Fantasy XX Wir sind zum Beispiel die proposition von Sitzes oder dem documentedworts. Wir timehagen Olipzig,して wir皿 Jonathan Cousine Berge,